Jetzt kommt ein weiteres Video von Average Man. Oktober diesen Jahres zu Dezember, um genauer zu sein, am 25. Dezember, also Weihnachten. Was ein sehr gewagter Starttermin ist, weil Weihnachten Kino gehen, sehr unwahrscheinlich. Aber da sind wir direkt beim Thema. Denn, wie wir alle wissen, Corona, Kino, schwierig. Mittlerweile haben die Kinos in Deutschland ja auch wieder aufgemacht und man kann eigentlich so gut wie normal ein Kino besuchen. Allerdings sieht das in den USA ein bisschen anders aus. Denn da haben sehr viele Kinos noch zu und wenn die Kinos offen haben, werden die nur selten besucht. Das hat man zuletzt anhand von Tenet gesehen, der neue Blockbuster, der rausgekommen ist. Und die Leute dachten, boah, endlich wieder Kino, endlich wieder einen geilen Film, den wir uns reinziehen können. Aber der Film war relativ gehypt und die Leute hatten eigentlich Bock drauf. Und er hat in den USA nur magere 20 Millionen eingespielt. Gut, vielleicht kommt da jetzt noch das eine oder andere Millionchen dazu. Aber wir sind bei gerade mal 20 Millionen, die dieser Film eingespielt hat. So, und dann hat sich Disney zu Recht die Frage nochmal gestellt, ob wir auch Black Widow nochmal verschieben müssen. Im Endeffekt gibt es jetzt nur noch drei Möglichkeiten, wie es mit Black Widow weitergehen kann. Und da befassen wir uns mit der ersten Möglichkeit, nämlich der Verschiebung. Die große Problematik der Verschiebung ist jetzt einfach, dass man mit Wonder Woman eigentlich einen sehr starken Konkurrenten hat, den man aus dem Weg gehen möchte. Weil DC legt im Moment zu, Wonder Woman 1 war ein sehr erfolgreicher Film, ein wirklich guter Film und die Leute freuen sich teilweise sehr auf Wonder Woman 1984. Jetzt ist natürlich das Positive daran, dass Wonder Woman verschoben worden ist und man eine gute Lücke zu Wonder Woman bekommt. Denn der Film kommt im Oktober oder sollte im Oktober kommen, kommt aber jetzt erst im Dezember. Das heißt, man hätte jetzt keine direkte Konkurrenz. Aber, wissen wir nämlich ganz genau, Disney steht auf Geld. Ja, das macht man immer daran fest, weil sie sehr, sehr viele Kinoeinnahmen haben wollen. Also, die Kinos müssen sehr viel bezahlen, um Disney-Filme abspielen zu dürfen. Und generell, wissen wir, Disney ist einfach nur auf Geld aus. So, und dann kommt nämlich der Punkt ins Spiel, am besten Beispiel, von Tenet. 20 Millionen hat dieser Film nur eingespielt. Und damit würde man bei Black Widow nicht mal die Produktionskosten reinholen. Okay, wir sind uns sicher, Black Widow würde mehr einspielen als Tenet. Aber, so viel, dass es sich auch wirklich lohnen würde. Ich wage es stark zu bezweifeln, denn Black Widow ist kein Film, wo sich jetzt die gesamte Marvel-Community drauf freut seit Jahren. Und viel Merchandise um Black Widow gibt, den man gut verkaufen kann. Das ist nämlich nicht so. Also wäre die erste logische Folgerung, den Film nach hinten zu verschieben. Und zwar so weit, dass er auch noch weit hinter Wonder Woman laufen kann, damit man keine Konkurrenz hat. Und es vielleicht wieder halbwegs normale Zustände in den Kinos in den USA geben kann. So, dass man auf eine ordentliche Summe kommen kann, um das wieder rauszuholen, was man in die Produktion reinsteckt. Da ist aber wieder der negative Punkt. Denn verschiebt man Black Widow wieder auf Anfang nächsten Jahres, dann kommt man mit Marvel sehr, sehr krassen, straffen Zeitplan, nämlich gar nicht mehr hin. Da warten die Eternals, da warten verschiedene Serien, die aufeinander aufbauen wollen. Wir wissen halt gar nicht, ob Black Widow wirklich wichtig für das MCU ist, dass der Film bald released wird. Das wäre Möglichkeit Nummer 1, die Verschiebung. Möglichkeit Nummer 2 wäre, nämlich einfach den normalen Kinotermin beizuhalten. Die Pros? Die Leute freuen sich mittlerweile endlich nochmal einen guten Superheldenfilm zu sehen. Oder generell nochmal einen Marvel-Film zu sehen. Weiteres Pro? Wonder Woman ist nach hinten verschoben worden. Wir haben halt keine Konkurrenz mehr jetzt auf dem Kinomarkt. Das heißt, wenn die Leute dann ins Kino gehen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie auch in Black Widow reingehen. Ein weiteres Pro ist natürlich, dass man mit dem Zeitplan nicht in Verzug gerät. Denn die Serien, die darauf folgen, wie Bucky und Falcon, die müssen ja auch irgendwann jetzt nochmal demnächst released werden. Inwiefern das aufeinander aufbaut, bleibt halt komplett fraglich. Das Negative jetzt natürlich, wenn sie den Starttermin beibehalten würden, die würden auch nicht auf das Geld kommen, was sie wirklich haben wollen. Denn auch für einen Black Widow Film sind mehrere hundert Millionen Angewinnen eingeplant. Ob sie dahin kommen? Die dritte Möglichkeit wäre dann einfach, den Film auf Disney Plus zu releasen. Vorteil beim Release von Disney Plus, man kann ihn releasen, wann man will. Das heißt, ein Termin muss jetzt nicht abgestimmt sein auf die anderen Kino-Versionen. Weiterer Vorteil, die Streaming-Dienste sind groß im Kommen. Gerade seit Corona bauen viele Film-Industrien mittlerweile auf Streaming-Dienste. Ja, da sind wir beim Kontrapunkt. Auch Disney hat das Ganze versucht mit Mulan. Und ihr könnt Mulan jetzt mit einem VIP-Zugang von Disney Plus gucken. Für 21,99 hier in Deutschland. Und da ist jetzt die Frage, wer bezahlt 21,99, um sich Mulan anzusehen? Und daran muss Disney Plus auf jeden Fall falsch sein. Weil ich bin mir auch sicher, dass die Leute nicht 21,99 dafür bezahlen werden, einen VIP-Zugang zu kriegen, um Black Widow zu gucken. Die Leute sind bereit, das in den Streaming-Diensten zu schauen. Allerdings nicht für diesen Preis. Deshalb steht Disney jetzt absolut in einer großen Frage, die wir so nicht beantworten können, die eigentlich nur Disney beantworten kann. Aber lasst mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen, mit welcher der drei Optionen wärt ihr zufrieden oder welche würdet ihr davon gerne sehen? Und was glaubt ihr, was Disney macht? Ich persönlich gehe davon aus, dass sie Black Widow nochmal verschieben werden. Eben weil sie Geld haben wollen. Und sie das ganze MCU sowieso schon nach hinten verschoben haben. Und da das halt noch Jahre im Voraus ist, kann man das eigentlich auch ganz gut nach hinten verschieben. Ich gehe davon aus, dass Black Widow nochmal verschoben wird. Aber lasst eure Meinung gerne unten in den Kommentaren da. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ja, ciao. Und bis denn. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.